ja ich bin's Koko heute machen wir ein Opening Video weil wir in äh ja Turnier Erster waren guckt ich kann es euch zeigen äh war das das hier? nein 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 hier wir haben einmal das hier gekriegt Turniersicher S2, S3 haben wir jetzt hier jo ich mach mal hier das können wir dreimal öffnen einmal mit einer Nase ok einmal mit Finger das brauchte ich und einmal mit Nase ok ich kann mal ein T-Up machen können jo wo irgendeins nicht noch behalten den zu dem weg und zwar hier von rein Mond oder radioaktiv ich sage das rein oh Neon die ich meine Mann gucken ja 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 so soll wir noch mal m hier was ich noch ändern wollte oh Dings hat verlassen Kika jetzt kann ich alles rein tun ok ok kleine Eule ich weiß nicht ob ich sie vermissen werde ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja ich glaube ich lass das erstmal kleine Eule ist viel zu süß und ja ja ok dann war es das hier schon mit diesem Video lasst gerne ein Like und ein Abo da bis zum nächsten Mal Euer Goku und dann ich